und hopp und weiter geht's bei bledavision 2 und was machen wir denn heute für missionchen hinter dir ich hätte mein sohn ein ja passiert genau passt ja weil ich ein charakter spiel so haben wir denn überhaupt eine hauptmission noch etwas interessantes können doch hier oben ist eine da oben ist eine genau die nächste wäre das potomek event center ja gut sind sieben meter eigentlich auf die hauptmission aber wenn er dazwischen kommen aber den zuerst dann nehmen wir den aus wenn sie wirklich auf dem weg liegt dann machen wir das auch und zwischendurch habe ich mal heute dass ich sprache nicht höre von jemandem oder verspätet oder andere bugs dauer ich krieg dich noch ich krieg dich noch ich krieg dich doch jetzt habe ich nicht hinter die akte ja ja ich habe ein haktis auf mich wie der fixiert schon wieder oh das wäre gelber gelber aktie manch mensch mensch jawohl ich habe ein applaus lot liegen gelassen wo da ja 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 hmmm umgebung gesichert nur what the fuck geweckte brennt da muss immer noch ein zweiter umrennen da es könnte fast level 19 jetzt geben ja das ist vor grad sagen das ist kein nicht die hauptmission stufaufsteg level 19 ne ne eigentlich ist grad nicht ich war jetzt eigentlich gerade unterwegs zur hauptmission was hat die auch noch gemacht bekommen heute offene ich weiß nicht wie lange die dauern das ist das problem halt ich komm der ist mal wieder da hinten am rumlooten spiel und sitz das ist das ist ein zeichen so ja guck mal selbst die Hunde war nicht mit dir spielen so ja oh ist wieder was im bluten Du kannst aber das Dach hochklettern Und hier sind zwei Aufzüge drin Hier geht er hoch Wo ich bin Hallo Achso Aber da hätten wir die Mission gewesen Es wäre kurzer gewesen vielleicht Ja Ne, wieder nicht Gut, dann müssen wir da wieder runter Hopp Und rein Hier ist ein Kontrollpunkt Ja, hier ist ein Kontrollpunkt zwischen No Tut mir leid Ja Ich fahre eigentlich in den nächsten Den Nahe, die Mission Hm? Oh, das sind Feine Ich wollte gerade von Ruhe angehen Ich werde das Feuer eröffnen Ja Ja, schnell laufen Oh, schon wieder Gegner Alter Ist hier ein Nest oder wat? Sie müssen uns den Strategen der Outcasts bringen Ich beziehe Stellung am Haupteingang Hörster Ich bin hier hinten festgenagelt Fuck, fuck, fuck Ja, ich bin mal schon wieder zurück Ja Wird sechsmal festgenagelt Keiner Hey, willst du ja sagen können Ja, denkst du Nicht so bald Du warst schon in der Mission Hier war man vor einer halben Stunde zuletzt Man kann aber auch wenn man zu schießen Ich bin hier in der Ich mache hier gerade eine Rettung Sack Scheiße auf die Gegner Naja, ich hätte auch gedacht Früher hatte ich mir Ah wat Der war schon fast wieder am Anfang Wo war ich durchgelaufen sind Keine Munition mehr Scheiße Das ist alles Alles verballert Ja, hier um die Ecke ist ja die Mission So, hier ist los Moment, wo wäre er lang? Aber wie war das gerade falsch? Weil der dachte mir ja jetzt gerade hier im Punkt Ach, da hinten ist der Eingang Sieht hier was zum Plindern Ich bin drin Der Haupteingang ist sauber Was zum Geier Bleib hier Ich gehe nachsehen Nie wieder Ja Pech Hat Boote? Aber tatsächlich habe ich genau da auch mit dran gedacht Kommt noch einer Zwei Sehr gut Der letzte ist auch hin So So, die Docks erreichen So Achtung Wir werden angegriffen So Was Oh Zumindest wissen wir jetzt, dass der Stratege zu Hause ist Haben wir hier wohl eine Möglichkeit Guck mal was da vorne kommt Ganzer Haufen Ich freue mich zu dir noch mal so drei stück oder so komm noch mehr! kommen die dann her? oh! ich werde angesägt! jetzt hätte ich nicht darüber gesprochen eben da kommt noch ein fahrzeug da war ein fahrzeug das ist immer so die nervigen dinger die holen ich immer schön aus der deckung raus da rechts ist noch ein gegner in dem lieferwagen, an dem kacken wagen ist tot! noch einer! genau das ist so ein typ mit dem fahrzeug, das ist so ein w-la-typen da so unser blut ja hier vorne ist der eingang da sind jede menge feindziele an der anlegestelle, die sichern die boote hier ist wieder Möglichkeit munition aufzufüllen wenn der heger auf eines dieser boote kommt, erwischen wir ihn nicht mehr! machen sie weiter! sie sind fast da! 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 und der mich ja flankieren ja 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 hau ab von mir hat der fahrzeug du hast ein persönliches problem mit mir oder was da hinten wenn einer hoch was auch da kommt ja ja genau hier ist eine scharfschütze wieder hoch ist oben weiter hoch zwei hohe weg ja oben ist hat das ding mitgenommen das was er okay bin ich über die sich also nicht feiern ich habe ich schießen noch als klettert noch nicht runter ein paar händer und schön Oben. Ja, ich werde wieder... Äh, oben. Ich komm. Jetzt bin ich noch in einem Geh. Ich habe sie gut, aber auch noch mal mitgenommen, die Typen. Ja, danke. Warte, warte. Oh, ja. So. Ja, hier kommt dieses Fahrzeug aber auch nicht hoch. Drückt den Kopf. Das ist richtig. Warum erst die? Oh, 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 oh. Fett da, ey. Ich bin schon weg. Gibt's auch immer mit einem Geh? Nee, ne, ne? In einem. Hi. Ja, ja, ja. Das war wieder zu schnell. Von hier. Ja, ich komm. Ich stehe gerade im Boot. Ich weiß nicht, wie viele jetzt noch hier rumlaufen. Genau. Das war's für heute. rechts da vorne in der ecke da muss dieses lila eine pfeil das kostet auch zu ich habe angeschossen ein weg in das gebäude finden okay die boote sind geschichte also sollte das ziel noch immer drin wir müssen dafür sorgen dass er nicht an uns vorbeikommt drück den knapp hier ich habe ein lecker bumm für dich so ja ja wo die tunne mal gut ist ja 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 Spontan hier. Das ist auch nur ein Hinterhalt vom Gegner, Aua. Ja, die kommen auch von da rechts. Welche Feuertypen? Sehr gut. Andere Seite. Ja. So. 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 . So. 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 und denn. und dann hierunter. wahrscheinlich, oder? so. 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 Das war's für heute. Das ist so, ja. Herrgott, wenn du mich spielst, hast du uns im Gegenteil letztendlich auch. So, wie brengst. Ja. 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 Oh. Oh, kommt schon. Ich habe jetzt Lute verstanden. Deswegen habe ich gerade das schon dabei gesagt. Ich habe mich auch Lute verstanden. Lute. Okay. Oh. 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 Ach, hier ist auch gerade. Oh, ist das eine Muschi. Ja, geil. Außer ich habe freigeschaltet. Hm. Wiederaufbau von DC. Wunderstand. Exfiltration, ne? Ja, habe ich auch gekriegt. Ja. Ja, jetzt Lute und Trophäen. Nein. Lohnt sich. Ja. Ja. Oh. 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 Zier dich. Mal kurz mal gucken, was wir so schönes gekriegt haben. Jawohl. Eine M416. So, die Waffe habe ich jetzt. So, Henry Hayes sprechen, das müssen wir nochmal machen. Okay. Jetzt haben wir den Strategen und sämtliche Pläne der Outcasts sind vereitelt. Nicht nur die militärischen. Ich bin mir sicher, dass Kelso ihn im Handumdrehen zum Reden bringt. Stufe auf Stieg, Level 20. Ja. Jawohl. Gut. Ja. Da würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann. 1